Liebe Leser, ich hoffe ihr habt schon ein paar Einblicke von mir jetzt verfolgt und denke, war vielleicht ganz interessant schon die eine oder andere Sache. Tag 2 ist jetzt erst mal geschafft. In the books, wie wir schon schön im Radsport sagen. Ja, es ist ein sehr hohes Niveau im Feld. Es sind viele Teams, die sehr, sehr gut fahren und auf alle Fälle wird es eine sehr spannende Geschichte bis zum letzten Tag, denke ich mal. Ja, mir selber geht es noch recht gut. Die Beine waren heute nicht ganz so toll, aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen jetzt vielleicht noch mal besser. Ja, ansonsten geht es für mich jetzt nur noch ins Bett. Morgen früh geht es schon wieder weiter und für die Frühaufsteher hoffe ich natürlich einige dann in der Halle zu sehen. Auf alle Fälle lohnt sich das auch schon mal morgen früh vorbeut zu schauen, nicht nur auf dem Abend. Und in dem Sinne, gute Nacht.